Hallo und willkommen zu einem neuen Video von Bosnia Player Leads. Ja, heute wieder mit einem neuen normalen Video. Ich rede ein bisschen, ich zeige euch, wie ich bin und wie ich lebe und so. Ja, ich bin halt Bosna, wohne in Krems. Also in Österreich wohne ich in Krems. Ja, ich habe meine Familie. Ich habe eine Mutter, einen Vater, einen älteren Brüder. Wo bleibt ich? Der ist 13. Meine kleine Schwester ist 5. Er will Wohnungsstätten in einer Wohnung. Ja. Ich gehe jetzt bald in die 5. Klasse, bin halt 10 Jahre alt. Meine Schwester hat wieder gesagt. Nein, aber das sage ich jetzt nicht mehr. Nein, ich ziehe es wirklich. Hey, ich bin halt beim Balkon. Sie werden lieber durch den Balkon. Ja, wer hat's? Balkon. Hey, ich habe die Schuerschuhe. Seht ihr mal? Zwettig. Nein. Schuerschuhe. Ja, ich zeige euch ein paar. Da sind meine Hyper, wenn er ein bisschen schmutzig ist. Da schmutz. Ja, ist egal. Aber es sind wirklich knass Schuerschuhe. Und doch, nachher geht's auch. Ja, ich bin zur Zeit nicht nur so eine gute Mannschaft. Das ist einfach schon gut aus. Trier, Wien. Ja, wie geht's?